Hi Leute, hier ist der LegoFan und heute habe ich mal ein Tutorial zu diesem... äh... Pistenaufzug? Na nu, ich habe auch mal ganz vergessen die Pistons einzubauen. Oder vielleicht auch nicht? So, dann beginnen wir auch mal direkt das Tutorial ohne weitere Umschweife. Und zwar fangen wir an, indem wir hier ein paar Pistons wie gewohnt platzieren, also wie wir sie auch platzieren würden, wenn wir quasi unseren normalen Pisten aufzubauen würden, der eben nicht ziemlich ist. Und ich mache das Ganze jetzt einfach mal für dieses Beispiel sechs Blöcke hoch. Und ja, die Höhe ist quasi so, dass... hier sind ja eben die Pistons vor und ihr würdet dann bis hier ausfallen, das heißt hier ist dann quasi euer oberes Level, das heißt ihr müsst bis ein unter euer oberes Level bauen. Und euer Bodenlevel, das ist direkt hier. Und ja, dann machen wir weiter, indem wir hier ein paar Pistons vorsetzen, die nach oben zeigen. Ungefähr so. Und dann platzieren wir in diesen Zwischenräumen einfach Blöcke und das ist dann eben später eure Wand. Und die muss natürlich verschiebbar sein, das heißt ihr müsst irgendwie Holz oder Stein nehmen oder was auch immer. Baut einfach keine Wand aus Obsidian, das sieht sowieso hässlich aus. Und damit die jetzt eben auch seamless werden kann, kommen hier jetzt noch Blöcke neben, das heißt quasi neben diese Wandblöcke kommen noch mehr Wandblöcke, dass das Ganze dann eben so aussieht. Und da kommen dann direkt ein paar Pistons hin, sodass diese Pistons dann eben später diese Blöcke hier reinschieben und wir hier quasi eine zwei dicke Schicht sozusagen oder eine zwei breite Wand vielmehr haben aus, äh ja, Wandblöcken. Und dadurch eben unsere Pistons, da wollte ich nur sagen, unser Aufzug seamless ist. Und das gleiche machen wir dann eben auch hier drüben. Das sieht dann so aus. Und wenn wir die jetzt einmal eben alle powern, also das mache ich jetzt erstmal beispielhaft, um zu demonstrieren, wie das funktioniert, ähm, dann sehen wir, zack, ist unsere Wand hier seamless. Und wenn wir jetzt die Pistons wieder hier haben wollen, dann können wir leider nicht hier weitere Pistons platzieren, weil wir ja dann jede zweite Piston ansteuern müssen. Und das geht leider im Moment nicht, wegen Butt-Effekten und so'n Kram. Deshalb platzieren wir diese Pistons einfach einen Block weiter hinten und platzieren irgendeinen verschiebbaren Block. Ich nehme jetzt einfach mal Glas, aber dann, also diesen Block, sie wird man spielend nicht sehen. Und ja, da muss einfach nur verschiebbar sein, eben als Pusher, weil diese Pistons eben einen Block weiter hinten sein müssen. Das macht nämlich auch alles einfacher, denn wenn jetzt diese Pistons quasi in Position gebracht werden sollen, sodass sie eben rausgeschoben werden und so hochdrücken können, dann müssen wir einfach diese äußere Reihe an Pistons bauen und unsere Pistons sind da. Und wenn wir sie wieder seamless machen wollen, unseren Aufzug, dann müssen wir einfach diese innere Reihe bauen. Und ich sehe gerade hier drüben müssen natürlich auch noch unsere normalen Pistons hin. Und dann auch wieder jeder zweite Block mit einer normalen Piston, die ein weiter draußen ist. Und dann kommt hier noch irgendein Pusher-Block hin und ja, dann können wir eben wieder diese äußere Reihe bauen, um eben den Aufzug einsatzbereit zu machen quasi. So, dann beginnen wir mal mit dem Verkabeln. Ich fange jetzt quasi in chronologischer Reihenfolge an. Also als erstes müssen ja diese Pistons hier rüber geschoben werden. Also diese ganzen Pistons, die nach oben zeigen, diese normalen, die müssen eben alle erstmal hier reingeschoben werden in die Wand, damit sie eben benutzt werden können. Und dafür bauen wir einen Fackelturm, indem wir beginnen hier eine Fackel quasi an einem Block zu platzieren, sodass diese Fackel eben direkt neben dieser Piston ist. Und dann bauen wir eben hier so einen alternierenden Fackelturm. Dadurch ist dann jeder zweite Block eben gepowert und das ist ja quasi perfekt, weil ja auch jeder zweite Block ja eine Piston ist. Und dadurch haben wir jetzt schon diese Pistons gepowert und das Ganze gibt gleich zwei Ticks Delay, was genauso viel ist, wie wir brauchen. Und geht eben von unten nach oben, also quasi perfekter geht es nicht als dieser Fackelturm hier. Und dann platziere ich dahinter mal noch einen Block und eine Fackel, damit das Ganze eben standardmäßig aus ist. Und genau das Gleiche kommt dann natürlich auch auf die andere Seite. Aber hier muss es natürlich insgesamt einen Block höher sein, also nicht wundern, wenn das irgendwie schief aussieht. Das muss natürlich einen Block höher sein, weil diese Pistons hier eben auch einen Block höher sind als diese Pistons da drüben. Und dann packen wir eben auch hier unsere drei Fackeln wieder hin, sodass das Ganze dann eben so aussieht. Als nächstes müssen ja diese hinteren Pistons jetzt gepowert werden, sodass sie eben diese normalen, die nach oben zeigen, rausschieben und die uns dann eben nach oben drücken können. Und dafür kommt auch genau das Gleiche. Wir nehmen wieder Fackeln und platzieren sie hier neben diesen Pistons. Und dann kommt eben auch wieder dieser wunderschöne Fackelturm hier hin, der eben so unglaublich praktisch ist für diesen Aufzug, wie ich eben schon erklärte. Und ja, das Ganze eben auch wieder hier und auch hier wieder einen Block tiefer, beziehungsweise einen Block versetzt mit dem da drüben. Einfach weil die Pistons auch einen Block versetzt sind, also nicht wundern. Und ja, das müsste dann so aussehen. Und da kommt dann eben auch wieder eine, also ein weiterer Block quasi drunter. So. Und auch wieder hier eine Fackel dran. Und damit diese Pistons standardmäßig aus sind. Und ich sehe gerade hier drüben, habe ich das ganz vergessen. Da muss natürlich auch ein weiterer Block noch so schräg hinter, sodass auch diese Reihe an Fackeln wieder ganz aus ist. So, und der letzte Circuit, den wir brauchen, der sind jetzt diese Pistons hier in der Mitte, die eben zum Schluss benutzt werden, um alles wieder seamless zu machen. Und ihr habt es vielleicht schon erraten, da kommt genau das Gleiche hin. Da platzieren wir also auch hier wieder eine Fackel, die diese Pisten powert. Und dann nehmen wir hier so einen schönen Fackelturm. Und dadurch sind jetzt eben quasi diese ganzen Pisten quaut. Und wie ihr seht, diese, also jetzt jede zweite Reihe ist schon wieder seamless. Und da platzieren wir jetzt, ihr habt es erraten, auch wieder eine Fackel drunter. Und genau das Gleiche kommt dann natürlich auch auf die andere Seite. Ihr seht schon, das ist sehr repetitiv, repetitive, sehr sich wiederholend. Und, ähm, ja, natürlich, wenn ihr den Pistenaufzug höher bauen wollt, als sechs Blöcke, weil ich glaube, für sechs Blöcke braucht man jetzt nicht unbedingt einen Pistenaufzug, dann müsst ihr natürlich auch einfach nur dieses Fackelzeug immer weiter nach oben führen, solange eben wieder Pisten sind und mit der letzten Pisten einfach aufhören. Das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, wie ich das meine. So, und wie ihr seht, dadurch, dass wir jetzt diese Fackeln hier überall platziert haben, ist unser Aufzug auch jetzt schon wieder seamless. Und hier kommt jetzt auch wieder eine Fackel drunter, aber die kommt eben jetzt hier so drunter, quasi aufrecht stehend. Ähm, einfach weil wir später das Ganze ja noch mit Logik verknüpfen. So, und das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, ist, ich nehme nochmal etwas Cyan-farbene Wolle, weil das irgendwie für mich noch so ein bisschen dazugehört. Wir nehmen uns Signale von diesen Fackeln, leiten die hier so rum, bis auf diese Höhe hier, platzieren hier Redstone und Achtung, hier müssen wir jetzt einen Half-Slap nehmen, weil sonst halt diese Pisten hier gepowert wird, das glaube ich offensichtlich. Und wenn wir jetzt hier einen Wandblock platzieren, dann wird diese Pisten ja nach rechts geschoben, hinausgedrückt und dann ist sie am Ende hier. Und dann kann sie eben auch durch diesen Wandblock gepowert werden. Und dieses Redstone-Signal müssen wir jetzt hochführen, allerdings muss hier, hier, Ups, Moment, nicht das, hier, hier und hier müssen Half-Slaps sein. Ich zeige das nochmal so, dann sieht man das ganz gut. Und diese beiden Half-Slaps hier um die Ecke sind einfach, weil diese Pisten hier sonst gebaddet wird, nicht immer ausfällt und dann kann das Ganze natürlich nicht rübergedrückt werden und überhaupt nichts mehr funktioniert. Und ja, das müssen wir jetzt auch genauso hoch weiterführen, wie unser Pistenaufzug eben hoch ist, das heißt ganz bis nach oben. Und hier dürft ihr natürlich auch die Wandblöcke nicht vergessen, die so zielte sein müssen. Dadurch werden eben die Pistens gepowert. Und genau das gleiche packen wir jetzt auch auf die andere Seite. So, und jetzt wo wir alle unsere drei Circuits haben, Sian, Hellgrün und Hellblau, ist das Hellblau? Ist das Hellblau? Okay, ich dachte schon, ich bin farbenblind. Müssen wir die hier quasi noch so timen, dass sie richtig funktionieren. Als erstes müssen ja diese hier gepowert werden, damit ja eben diese ganzen Pistens erstmal in Position gebracht werden. Und dann zwei Ticks später müssen diese hier gepowert werden, die hinteren, also diese Reihe hier an Blöcken. Einfach damit die Pistens, wenn sie hier drüben sind, rausgedrückt werden. Und das Ganze kann eben zwei Ticks später erst passieren, weil Pistens ja 1,5 Ticks zum Exzenten brauchen. Das Praktische ist ja allerdings, dass dieses Redstone direkt schon hiermit verbunden ist. Das heißt, da das ja zwei Ticks später angeht, hier geht es auch zwei Ticks später aus. Und dadurch können diese Pistens sich runterfahren und dann eben erst zurückgezogen werden. Und das funktioniert eben alles perfekt. Und als letztes, wenn der Knopf ausgegangen ist, dann müssen ja noch diese grünen hier gepowert werden, um alles eben wieder seamless zu machen. Und das machen wir auch mal, das geht auch ganz schnell. Ich schnapp mir mal etwas orange Wolle, die ist nämlich quasi unser Control Circuit. Und dann kommt hier eben ein Riffi dahin auf Stufe 2. Und wenn wir jetzt hier diesen Block poweren würden, dann würde vermutlich, doch, da sollte einiges passieren. Und zwar sollten wir sehen, dass die Pistens rausgedrückt werden und sie eben ausfahren und dann auch wieder zurückgezogen werden. Alles eben, wie ich es beschrieben habe. Und ja, das allerletzte, was ihr jetzt eben noch will, ist wieder das seamless machen. Und dafür bräuchten wir jetzt das hellgrüne hier drüben. So, und das Ganze natürlich auch auf beiden Seiten. Das heißt, wir packen hier jetzt auch einen Repeater hin auf Stufe 2. Den mache ich jetzt mal orange, weil der ja, äh, Dingens ist. Control Circuit. Und um den zu poweren, kommt hier noch ein Block hin. Hier eine Fackel, ich nehme den Repeater nochmal kurz weg. Und hier eine Fackel. Und das ist jetzt eben einfach so da. Und dann kommt hier noch ein Repeater hin. Hier ein Block mit einem Knopf. Und das ist jetzt unser Input sozusagen für diesen Aufzug. Ich zeige euch auch gleich noch, wie ihr den nach vorne packen könnt. Dann kommt auf die andere Seite ein Repeater hin auf Stufe 2. Und der ist jetzt einfach auf Stufe 2, weil diese Pistens hier ein Block höher sind. Und entsprechend auch einen Tick später erst an sein müssen, damit wir quasi diese gleichmäßige Bewegung nach oben hätten. Sonst würden ja immer diese beiden gleichzeitig an sein. Und das würde dann ja nicht funktionieren. Und dieser Repeater auf Stufe 2 poweret auch hier eine Fackel, ein Block. Den Repeater nehme ich nochmal kurz weg. Dann kommt hier eine Fackel hin. Und dann hier eben wieder unser Repeater hin. Und dadurch werden jetzt eben schon quasi alle Pistens ausfahren. Ich zeige euch das mal kurz. Äh, Moment. So. Zack. Das heißt, wir würden auch schon hochgedrückt werden. Aber was eben noch fehlt, ist, dass das Ganze wieder seamless wird. Und dafür muss einfach, wenn der Knopf jetzt wieder aus ist, ein Signal in diese grünen Türme gesendet werden. Und warum wir das so machen, dass wenn der Knopf aus sein muss, ist einfach, weil wir könnten es natürlich auch treiben, aber wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Holzgetopf nimmt oder sowas, dann würde es ja möglicherweise nicht mehr funktionieren. Und dafür kommt jetzt einfach hier eine Sticky Piston hin. Und der geben wir einen Redstone-Block. Die wird jetzt eben auch von dieser Fackel dort gepowert, ja. Ich zeige das nochmal aus diesem Winkel. Da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Und diesen Redstone-Block verbinden wir jetzt hier mit Redstone. Und dann leiten wir das Redstone hier so hoch. Und dann werdet ihr bemerken, wird das von diesem Repeater gepowert. Und das Ganze ist jetzt ein Falling Edge. Das heißt, achtet mal auf das Redstone. Da hat es kurz geblinkt. Und das blinkt eben erst dann kurz, wenn der Knopf wieder aus ist. Und das ist ja genau das, was wir jetzt brauchen. Und um das zu verbinden, kommt jetzt einfach hier ein Repeater auf diesen Input-Block drauf. Und dann nehme ich mir jetzt mal etwas... Ach, ich bleibe einfach bei der Orangene Wolle. Ist ja auch irgendwie egal. Dann kommt hier eben eine Fackel hin und die powert jetzt diese Fackel hier. Und dadurch quasi diesen rechten Grünturm. Und für den linken Grünturm kommt jetzt hier Redstone so runter. Und dann kommt das hier in eine kleine Fackel. Und dadurch wird jetzt eben auch schon der andere Turm gepowert. Das heißt, wenn wir jetzt den Knopf drücken, sollten wir sehen bzw. hören, wie alles ausfährt. Und auch wie das seamless wird. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist... Ihr werdet vielleicht bemerken, ich kann jetzt hier gar keinen Knopf drücken. Wir packen jetzt einfach hier einen Block hin mit einem Knopf. Und dieser Knopf, der soll jetzt ja eben später den Aufzug hochfahren lassen. Weil wenn man hier steht, dann kann man diesen Knopf natürlich prima drücken lassen. Ihr könnt ja natürlich auch irgendwie vor euch eine Wand bauen. Aber ich finde direkt auf dem Boden vom Aufzug macht am meisten Sinn. Und dann nehmen wir einfach das Signal von diesem Block und leiten das in diesen Block hier. Da, wo dieser andere Knopf jetzt dran steht. Äh, dran klebt man nicht natürlich. Und da packen wir jetzt einen Repeater hin, weil sonst der von diesem Meisterblock gepowert wird. Und das würde sich dann selber poweren und keine Ahnung. Und deshalb, wenn wir jetzt den Knopf drücken, sehen wir, wird der Pistenaufzug auch schon ausfahren. Und es fehlt immer noch was. Und zwar werden wir jetzt ja einfach nur nach vorne gedrückt. Wir müssen ja erstmal quasi einen Block hochgedrückt werden. Dafür können wir einfach hier eine Sticky Pisten platzieren. Und die wird jetzt auch schon von diesem Redstone hier gepowert. Und was jetzt auch noch fehlt, ist eine Glaswand hier vor. Weil sonst werden wir rausgedrückt, weil quasi die Pisten versuchen uns rauszudrücken, bevor sie uns hochdrücken. Weil dieser Aufzug quasi so schnell ist. Und wenn wir jetzt hier mal kurz einen Bodenblock platzieren und ich hier mal wieder so ein bisschen Boden hinpacke. Dann sollten wir jetzt eigentlich auch schon nach oben gedrückt werden. Und ein kleines Feature könnt ihr noch einbauen, wenn ihr wollt. Und zwar, dass hier automatisch hinausgedrückt wird. Ich baue jetzt mal kurz die Wände hier hin, damit man so ein bisschen besser alles sieht. Das sieht dann ja natürlich alles so. Also ihr könnt das natürlich decorieren, wie ihr wollt. Aber ich finde, bei so einem Aufzugsschacht sieht das irgendwie so am schicksten aus. Und das hier muss dann natürlich auch noch alles so verschlossen werden. So. Okay, das hätten wir. Und ja, was jetzt eben... Okay, genau, ich war bei den Pushern. Und dafür nehmen wir einfach diese vier Blöcke hier wieder weg. Und setzen da Pistons hin. Und das sieht dann so aus. Also ihr müsst natürlich nicht alle vier Blöcke mit Pistons packen. Ihr könnt auch nur die unteren mit Pistons hin tun, falls ihr merkt, dass ihr einen zuhaaren Schaden nehmt, weil die Pistons in euren Kopf hineindrücken. Und die vier Pistons zu paunen ist jetzt auch ganz einfach. Ich schnapp mir dafür mal etwas hellgraue Wolle. Die nehmen wir dann an diese oberste Fackel. Die ist ja entweder auf dieser Seite oder eben je nachdem, wie hochreuer Aufzug ist. Wenn ihr jetzt hier noch eine weitere Piston hättet, die dann eben rechts endet, dann würdet ihr das einfach von dieser Seite machen. Aber eben alles spiegelverkehrt. Ist aber auch ganz einfach. Und zwar platzieren wir da einen Block drauf. Dann hier eine Fackel, ein Block. Und hier noch eine Fackel. Die powert dann einen Repeater auf Stufe 2. Und dann kommt hier noch ein Block hin. Hier noch ein Block und ein Block auf den Repeater. Und hier und hier Redstone. Und das powert jetzt alle vier Pistons. Und dann können wir dem Ganzen einmal kurz einen kleinen Test geben. Wir stellen uns in die Mitte, drücken den Knopf und werden tatsächlich nach oben transportiert und rausgerückt. Und der Aufzug ist auch wieder seamless. Und damit ist dieses Tutorial wieder zu Ende. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch denn gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Abonnieren für mehr und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.